Ich habe ja letztens ein TikTok gesehen, wo Leute mich verglichen haben mit Mongral und meinten, man ist besser. Das will ich jetzt heute heute vorbeistellen, deswegen muss ich jetzt in jedem einzelnen Modus einen Win holen. Dabei starten wir jetzt natürlich in Solos und werden nach jedem Win eine Stufe hochgrengt. Dabei machen wir uns natürlich besonders, ich habe jetzt für jeden Modus drei Versuche und äh... Oh mein Gott. Wenn ich down gehe, verliere ich sozusagen ein Leben und wenn ich insgesamt dreimal in einem Modus schalter, habe ich damit verloren. So als kleine Zusatzchallenge. Und da sind schon die ersten. Und da ist auch der zweite Kill. So, perfekt. Damit kann man doch mal starten hier, so entspannte zwei Kills. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so contested hier ist. Dann haben wir jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Ja, wir nehmen jetzt lieber die Impulse mit. So. Wir machen auch, by the way, eine kleine Zusatzregel. Und zwar, dass ich in jedem Modus mindestens zehn Kills machen sollte. Vor allem jetzt in den Low-Modis, wie zum Beispiel jetzt hier in Solos. Da sollte es eigentlich noch easy machbar sein. Bei Solo vs. Squad weiß ich auch gar nicht, ob ich da am Ende hinkomme. Aber zehn Kills wäre natürlich nochmal ein geiles Add-on. Und deswegen gehen wir jetzt auch direkt hier fürs W-Keen. Und wir gehen mal hinten Richtung Draft. Da wollen wir direkt mal unseren ersten richtigen Gegner fighten. Wir wollen nämlich alles hier. Aber ich muss euch dazu sagen, die Kommentare haben mich da eher alt aussehen lassen. Also, weil eigentlich so eine Kombination aus Alvi, Magical und ich. Aber, äh, ja. Deswegen, we will see. We are here. Oh mein Gott, hier ist er. Zeig dir aus. Er fickt weg. Nein. Das ist meine Aura. I can't lose, Bro. Ich kann nicht verdienen. Schau mal her. Hier. 29er. Ich misse doch keinen Shot. So. Wir gehen hoch. So. Schau. Hier. 130er. Zack. Hat sich's ausgesprayt, mein Bester. Du bist nicht würdig genug, mir Damage zu machen. Oh mein Gott. Ich rede mich hier im Kopf. Und Kacken. Egal. Oh, hier ist er noch. 50er. 100er. Wichtig. Kommt der Rote. Egal. Bro ski. Let's go. Oh, bitte hast du Metz. I had Metal Wars. Geil. Schau ich mal an, dieses Aim. Oh, er hat 450 Metal gehabt. Let's go. Oh. Wir fissen. Er ist eine Ratte. Er spielt richtig Reudig. Geil. Gefällt mir. Komm her. Ich kann auch Reudig spielen. Ich glaube, was macht der, Mann? Wo ist er? Hallo. Wo will er hin? Hallo. Digga, er rennt echt gut, ne? Das ist ein richtiger Runner. Ich glaube, er hat keinen Whitelift. Ja. Let's go. Du bist es nicht wert. Also, du bist es schon wert, aber du bist es nicht wert, hier das Medaillot zu tragen. Du bist es nicht würdig. So. Das wollte ich sagen. Geil. Aber er hat die, er hat die, fällt mir gerade auf, er hat das Ding gar nicht. Die AR? Hat er die AR liegen lassen? Liegt die da unten noch? Digga, die AR würde ich schon gern haben. Ist hier unten noch die AR? Oder chillt er noch einer? Also wenn er noch einer chillt, ist crazy. Okay, das ist das verrückt. Er hat aber die AR nicht. Okay. Wir machen einen Meter. Wir haben jetzt schon, by the way, schon fünf Kills, aber es leben jetzt nur noch zwölf Leute. Das bedeutet, wir müssen jetzt noch mindestens fünf weitere Kills machen. Das heißt, wir haben noch viel vor uns. Oh, Zul ist auch weit weg. Aber hier vorne ist ein Pad. Womit wir gut jumpen können. Wenn wir laden kurz hier vorne. Hier unten ist er, ne? Er schießt auf mich. Oh, er schießt auf mich. Alarm. Okay, das ist keine gute Idee. 116er. Let's go. Oh, vor Polo. Das war es nicht. Tut mir leid. So. So. Wir sprechen uns einfach. Zack. Wollen wir laden kurz nach? Oh, wir können einfach aimboten. Ja. Aimbot. Leute. Komm, mach nochmal. Wie denkst du, ist es? Nein, 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 nein. Let's go. Er hat sogar eine goldene Pump für uns. Wir brauchen noch drei Kills, um die Challenge abzuschließen. Digga, warum ist hier der Baum kaputt gegangen? Oder habe ich mich gerade erschrocken? Oh mein Gott, das ist einfach neben... Digga, das ist noch ein Baum kaputt gegangen. Bruder, was geht hier ab? Warum gehen einfach rennen Bäume kaputt? Hey, ist das krass. Es fightet sich auch niemand. Es geht keiner mehr down. Warte, fightet ihr da hinten? Ich gucke mal kurz zu dieser Metalbox hin. Warte, hier schieß jemand auf mich. Perfekt. Ich komme zu dir. Warte auf mich. Hallo. Hat er sich eingebaut? Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre zu witzig. Dann mache ich daraus ein Meme. Oh mein Gott. Oh mein. Iron Man Strahler oder was? Digga, von hinten auch noch? Okay, hier sind zwei. Okay, er rennt. Dann holen wir uns. Hallo. Komm her. Bro. Wo ist er hin? Er ist Houdini. Er ist es. Okay, da ist es krass. Wo ist er hin? Hä? Bruder, der Mann ist einfach komplett weg gewesen. Hä? Oh. Bro. Also diese Iron Man Dinger sind crazy. Wo war der? Kann ich mal scannen kurz bitte? Digga, ich bin echt verloren, ne? Bruder, wie... Digga, ist der unsichtbar? Ist das respektlos. Ich finde die Leute nicht, ne? Es sind... Es nehmen halt nur noch sieben Leute. Ich muss jetzt noch drei von denen holen. Okay, da vorne fighten welche. Da gehen wir jetzt rein. Komm schon. Digga, das ist wieder der Dude, ne? Das ist er. Oh mein Gott, nein. Digga, das ist diese Nerven-Dicke. Digga, er sich fickt die... Warte, was geht hier ab? Ich werde noch verrückt. Oh mein Gott. Vielleicht hätte ich jetzt in dem Moment gegangen. Hätte ich den Glauben an die Menschheit verloren. Oh mein Gott. Let's go. Den nehmen wir auch mit. Ein Kill noch. Oh mein Gott. Noch ein Kill. Okay, wir haben die 10 Kills. Komm, wir sprechen aber auch durch und nehmen die Meck jetzt mit. So. Sehr gut. Eins gegen eins. Letzter Gegner. Da vorne ist er. Broski. Digga, was war das denn am Ende? Okay. Wir haben es ohne ein Leben zu verbrauchen. Die nächste Challenge. Wir sind jetzt bei Duos. Let's go. Zweite Runde. Wir sind jetzt drin. Solo vs. Du. Wir sind hier direkt contested. Jetzt gibt es hier auf jeden Fall schon mal deutlich schwieriger. Jetzt kann ich mal zeigen, was ich drauf habe. Okay. Wir haben jetzt schon mal Impulse. Das ist jetzt wichtig. So, wird es da. Komm, dann gib mir her den Lachs. Ich brauche Minis. Weiß ich. Okay, ich schieße ihn zurück. Ah, ich glaube, das sind Bots. Ja, das sind Bots. Okay. Entspannt. Okay, entspannt. Magikin ist das gewesen. Ich war der aller echte Magikin. Ja, das sieht man mal. Das ist der reale Skill. Ungefiltert, wie Magikin spielt. Das ist crazy. So. Und ich glaube, für diese Runde ist es unglaublich wichtig, wenn wir ganz viele Splashes und sowas haben. Weil jetzt brauchen wir ganz schnell Healing. Wir gehen wieder zu der Raft und gucken, was passiert. Ja, die falken gerade den Bot. Okay, wir haben ihn. Let's go. Achter Hit. Ganz wichtig. Hast du das Medallion? Let's go. Er hat sogar die AR. So. Hat ihm gar nichts gebracht. Hinten läuft noch einer. Ich glaube, das ist der Mate von ihm. Wir sind hier erstmal weg. Das können wir uns hier... Digga, der hat einfach zwei Minuten vor uns geschossen. Let's go. Ich wusste, dass er aufmacht. Get carried. Raus mit dir. Oh mein Gott. Hätte ich da jetzt defensiv geplayt, wäre ich da oben gewesen wahrscheinlich. Oh, hier oben draußen nicht noch mehr. Okay, perfekt. Sehr gut. Zack, zack, zack. Take it all day, all night. So. Okay, wir fighten das andere Medallion auch noch. So. Okay, ist unten. Oh mein Gott, der ist Pro oder so. Okay, brauchen wir wieder Healing. Ey. Ey, zwei Solos gewesen. Werden, hätte ich sie gehabt. Aber sowas schwierig. Weil ich jetzt gerne die Flaggern... Hätte ich jetzt einfach reingeschossen mit der Flaggern. 70. Digga, was ist das? Brüder, ich hab noch alle One-Shot von denen. Die ganze Zeit. Einer wurde zurückgelassen. Oh mein Gott. Was sehe ich hier? Aber die haben halt die mythische Pump, ne? Ich muss halt da geisteskrank aufpassen. Ich muss irgendwie nur einen von denen down kriegen. Die sind echt nicht gut gemeinsam. Also die sind echt kein gutes Duo. Aber ich struggle halt crazy an denen. Oh mein Gott, der will mich. Äh, das sind auch welche. Okay, let's go. Du kannst mit meiner Rettung gewesen sein. Holy shit. Oh mein Gott, er ist mit meiner Rettung. Er hat Cap-Mats. Es war das Lama. Es war's. Nach diesem ganzen Stress, was ich jetzt bisher hatte. Ja. Doppel-Lama. 180er. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Holy moly. Oh mein Gott, jetzt kommt noch das andere. Wir haben 8 Kills. Digga, ist das der Back-to-Back oder was? Das wäre crazy. Die Channel wäre doch so weit oben. Okay, warte. Wir gehen auf den drauf. Wir gehen auf High. Wir claimen uns in High-Ground-Spot. Wir claimen uns. Kommt doch. Kommt doch. Oh mein Gott. Haben wir Hit? Digga, ist das ein Scuff-Discaming hier? Oh mein Gott, die wollen mich. Oh, ich bin tot. Nein, Top 3. Ich muss es nochmal machen. Ich habe mein erstes Leben verloren. Shit. Versuch Nummer 2 und diesmal, wenn wir jetzt alles zerstören. Oh. Oh mein Gott. Nope, nope, nope. Not on my watch. Big boy, that's what we like to see. Oh, das sind die 3 mats. Wo ist der, mate? 140. 170. Let's go. Ruhe. Ruhe, Ego Loco. Ruhe. Kommt doch, Jungs. Kommt doch. You can't fight me, little boy. Let's go. Let's go. Go for the edit. Oh mein Gott. Jetzt habe ich dich aber. Let's go. Wir haben ihn auch. Ich weiß, dass oben vor eins ist. Ja. Elfter Killshot. Holy shit. Ich gehe richtig ab. Okay, ist ein Bot. Let's go. Komm. Let's go. Let's go. Knocked. Komm schon. Geh down. Was ist das für eine Veranstaltung, in der ich gerade gelandet bin? Let's go. Den wir mit. Hier ist ein Bot hier hinten. Ja, wir fliegen. Geh mal rüber. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gebt mir den Vicky. Let's go. Wir sind noch nicht raus. Wir hatten kurz, bis er scannt. Und dann gehen wir auch wieder drauf. Wir nerven sich da unten, ne? Let's go. Eins gegen eins gegen eins. Let's go. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Komm schon. Er ist ihm. Okay, eins gegen eins. Let's go. Go for the peek. Aim bot. Ja, ja, ja. Duo abgeschlossen. Let's go. So, nur wirst du. Wurde jetzt abgeschlossen mit über 20 Killt haben wir sogar geschafft. Wir landen jetzt hier bei The Raft, weil ich denke mir jetzt, so nur wirst du das Trio, wenn da viele Trios landen, hat man glaube ich die beste Chance, noch was zu machen. Aber genau jetzt haben wir hier zwei Trios. Da können wir jetzt, glaube ich, gut mit arbeiten. Wir haben jetzt direkt hier die Pump mit. Schon eigentlich echt sehr, sehr guten Loop für den Start. Ja, wir haben jetzt ein bisschen, ein bisschen Mets. Oh mein Gott, die Scanner-Pierce, das ist unglaublich wichtig jetzt hier. Oh mein Gott, die fighten da. Cracked. Oh mein Gott. Digga, okay, jetzt geht's ab. Deck 90 fight. Deck 90 fight. Er geht nix mehr rein. Digga, okay. Sorry. Mein Gott. Ich hab einen geholt. Okay. Digga, oh mein Gott, ist das eine stressige Sache. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mach ich hier? Nein, über mir. Let's go. Nein, ich geh down, ging Windy. Okay, versuch nochmal zwei. Hä, ist einfach ein Solo? Ah ne, ein Trio ist jetzt hier dabei. Oh hell nah. Versuch nochmal zwei. Okay. Bis jetzt sieht's nicht so gut für uns aus. Okay. Wir müssen uns irgendwie hochhellen. Let's go. Okay. Ich die, ich die, ich die geil. Okay, ich pop mich hin. Okay, wir spielen safe. Okay. Wir haben jetzt schon zwei, wir haben jetzt, das ist nur noch ein Solo, was ich tut. Das krieg ich hin. 50 fight. Komm her. Let's go. Okay, nicht auf einen Schadensterbett. Die sind auf jeden Fall irgendwo Gegner, die mich abfangen wollen. Oh, schaut euch mal das an. Das ist der Loot, okay. Wir brauchen jetzt eigentlich am besten irgendwie Impulsnates. Oh, Mad geht auch gut, aber... Ja, okay. Lassen Bandagen liegen. Nehmen die Mad-Kids mit. Ist okay, der Loot, aber es bringt mir halt jetzt nicht so viel. Da hab ich einfach geschossen mit, hä? Was ist das denn jetzt? Oder was macht ihr? Oh mein, aber ich hab einen. Digga, was machen die? Komm schon. Digga, was? Was war das für ein Trio? Digga, was los ist der Trio, was ich hier gesehen hab? Bruder, danke. Hier liegen fünf Mad-Kids nochmal, oder drei Mad-Kids. Digga, ist das crazy, was hier am Loot liegt. Okay, das ist das Gute. Wir haben zwar so wenig Sachen insgesamt, aber es gibt so viel Loot hier. von einem Trio, was immer rumliegt, was wir immer eigentlich was finden. Batman! Batman! Don't fly away! Oh mein Gott. Digga, was sind das gerade für... Digga, Trio sind ja ultra los. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da war Dus schwieriger gerade aktuell. Bruder! Top 8! Da sind immer noch zwei... Es gibt zwei... Es gibt ein... Ein Team, das hat drei Meter... Äh, zwei Meter Yoast. Das wird nochmal ein richtiger Knackpunkt. Da muss ich richtig teuer haben dann. Da würde ich eigentlich echt gerne nochmal ein paar Splashies haben wollen. Wir gehen auf die Insel hoch. Chillen da erst mal. Und warten ab. Wir müssen irgendwie gucken und warten, bis die beiden fighten. Und dann können wir raufgehen. Wir nehmen einfach so zu lange die Insel ein und chillen kurz. Ey, die beiden Metal Yoast, die chillen einfach die ganze Zeit bei diesem Tresor. Boah, ich will ja eigentlich schon gerne wissen, was da abgeht, ne? Okay. Wir gehen für den finalen Fight, glaube ich. Ich glaube, wenn ich die beiden Medaillons habe, gewinne ich das Ding. Ich glaube, ich gehe das Risiko ein. Top 10. Okay. Einmal minus 100. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier. Du willst auch was? 80, 170. Oh mein Gott! Okay, die müssen zu mir kommen. Bro, das kommt nicht so weit. Das kommt nicht so weit. Die fahren da unten mit dem Auto. Bro, die fahren mit dem Auto als Trio mit zwei Medaillons vor einem Solo weg. Zwei, oder? Ja, die wollen vor mich und mich dann holen. Ja, aber das sind bloß zwei. Das ist kein Trio. Ich habe das Nummer zwei. Digga, wie viele Bots laufen dann bitte bei Trios rum? Oh mein Gott, der Cap Splashies. Wie wichtig. Howdy Moly, das ist wichtig. Okay, das ist ein echter Spieler. Denke ich jetzt mal. Ja, das überwiegt sich ja nicht nur ein echter. Oh, doch nicht. Gelogen, Junge. Und als ob hier wieder nur ein Frick'n Bot Trio ist. Bot Trio und ein normales Trio. Oh mein Gott, das wird jetzt hart. Ich muss mich auf die anderen Triohans entreden. Ich kann die jetzt nicht anschießen. Ich kann die jetzt nicht anschießen. Ich muss warten, bis sie gefaltet werden und da muss ich auf die anderen draufgehen. 70. Red. Okay. Oh mein Gott. Okay. Gewill ich das? Jetzt sind bloß noch zwei Laufs. Ja. Superman. Superman. Gönn dir den Loot, Superman. Ja. Gönn ihn dir. Komm, mach zu. Ja. Let's go. Mach hier mal zu. Er will an Zone sterben. Oh nein. Okay. Mein Ziel ist es, die beiden an Zone sterben zu lassen. Oh. Okay, warte, warte, warte. Digga, was ist das? Nein. Geh nicht da uns. Spider-Man, äh, Batman, oh mein Gott, ja. Trio ist auch abgeschlossen. Geil. So, wir haben es geschafft, in Solo, Duo und Trio jeweils ein Win zu holen und immer über 10 Kills. Jetzt haben wir drei Versuche Zeit, in Squat es zu machen. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir ein großes Problem und haben damit die Challenge nicht geschafft. Deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal mehr Trio haben und jetzt ist, glaube ich, ein Squad noch mitgekommen, hier. Okay, der erste. Too sweaty. Denk ich jetzt nicht mehr besser. Okay, nehmen wir kurz mit. Ja, das ist bloß hier so ein Bot-Squat, das ist erstmal fein. Okay. Nehmen wir kurz mit. Im Mord. Okay. Ich glaube, der Bot ist eine größere Herausforderung als die, als die Spieler. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Oh mein Gott. Ja, das ist ein Gegner, oder? Bruder, wie konnte er nicht da unten gehen? Oh mein Gott, ich seh schon die nächsten Steps. Okay, jetzt geht's tryhardt. Kommt doch alleher. War er jetzt wirklich bloß alleine unterwegs, oder was? War das ein Einzeltäter? Wir hauen jetzt kurz hier den Kuchen rein. 30 Leute. Wir müssen noch 6 Kills machen. Pocket-Leak-Auto. Okay, wir ziehen erstmal durch. Oh mein Gott, die kommen dann mit dem Auto. Oh mein Gott. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Nein! Oh, erste Runde. Verkackt. Digga, wenn halt so ein Squad kommt, was soll ich denn da tun? Versuch Nummer 2. Wir sind in der nächsten Runde drin. Wir sind jetzt etwas defensiver gedroppt. Haben uns jetzt schon gut hochgelootet. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall Hackel und vor mir sicher die ersten Schüsse. Oh mein Gott. Er hat ihn einfach abgestoppt, der Hund. Oh mein Gott, ich hab keine Metz. Zero Builds. Zero Builds. Okay. Wir fahren erstmal. Erstmal Meter machen. Wir haben keine Metz. Wir haben keine Metz. Wir haben keine Metz. Okay, darf jetzt nicht tauchen gehen. Wenn ich jetzt tauchen gehen, ist schon mein zweites Leben weg. Okay. Digga, die sind so schlecht. Okay, ich muss irgendwie gucken. Kurz. Etwas Metz farmen. So. Ich hab 250 Metz, das ist erstmal für die Reichen. Fighten die? Oh mein Gott, die fighten. Das ist perfekt. Vielleicht kann ich mir einen abstorben und dann krieg ich die Metze von dem. Das wäre, glaube ich, ideal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weiter. Nein. Oh mein Gott. Okay. Wir sind in unserer allerletzten Runde drin. Wir sind Rekos Ravis gedroppt. Wir scannen mal kurz hier. Und hier sind super viele Leute. Okay. Der ist lost. Sehr gut. Also am Anfang so ein Bob-Squad ist, glaube ich, das Beste, was man haben kann. Let's go. Haben wir? Let's go. Den nehmen wir auch mit. Let's go. Oh. Oh mein Gott, mein AIM. Let's go. Digga, aber schön gepiest, aber ein bisschen reingesackt. Geh mich zu. Oh, er ist rausgeliebt. Der hat keinen Bock mehr auf seine Leute. Ja. Boah, die Flaggern ist 2. OP. 40? Oh mein Gott. Die machen du auf mich. Cracked. Den muss ich kriegen. Ich glaube, die spieben mich, oder? Oh mein Gott. Erstmal weg hier. Kurz Minis rein. So, kurz einmal weg hier. Er fährt mit mir. Ach, ich bin eingestiegen. Ich fahr. Ja, ich hab mich komplett outdribbelt. Komplett outdribbelt den Mann. Holy shit, ich bin so viel smarter. Oh mein Gott. 3 Meter los von mir. Okay. Dann machen wir jetzt den hier. Okay, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh mein Gott. Digga, das geht gerade ab. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz dringend weg. Digga, das geht gerade ab hier. Okay, ich muss wieder zurück. Bandagen. Digga, das geht hier ab. Oh mein Gott. Ja, der Glück. Digga, GG's. Top 7. Ich hab mein Bestes gegeben. Oh mein Gott. Ja, ich konnte nichts mehr tun. Ich hab zwei Leute von denen noch geholt. Schade, 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 schade. Leider hab ich's nicht geschafft. Trotzdem, wenn euch dieses Video gefallen hat, hat es sehr, sehr gerne ab. Auf diesen kann ich benutze ich sehr gerne credit. Ich bin jetzt raus. Ich bin schon wunderschön. Bis dann. Ciao, ciao.